Hallo, da bin ich wieder. Zu meiner Überraschung habe ich heute einen Anruf bekommen, spiritueller Art. Ich wurde von meinem obersten Dienstherrn zum Botschafter ernannt, zum Nuncius Questionum Occultarium, zum Botschafter für die noch verborgenen Fragen. Ich freue mich riesig und niemand hat mir den Schneid abgekauft. Keine Sorge, früher wurden Herr Riedtiger verbrannt, heute werden sie befördert. Mein Segen ab Dir. Amen. Vielen Dank.